Willkommen bei Calmeda, der Tinnitus-App. Die Calmeda Tinnitus-App basiert auf den Therapieempfehlungen der wissenschaftlichen Leitlinien und enthält alle notwendigen Maßnahmen, damit du deinen Tinnitus bewältigst und wieder mehr Ruhe in dein Leben bringst. Der Kern von Calmeda Go besteht in einer kognitiven Verhaltenstherapie. Denn ob dein Tinnitus dich stört oder nicht, entscheidet vor allem deine innere Einstellung. Und die lässt sich am besten mit verhaltenstherapeutischen Maßnahmen beeinflussen. Dazu durchläufst du fünf Level mit jeweils neun Etappen. Du lernst Entspannung in deinen Alltag zu integrieren, mehr Achtsamkeit zu üben und durch innere Ruhe und Akzeptanz Dinge in deinem Sinne zu verändern. Die einzelnen Etappen bauen systematisch aufeinander auf und vermitteln dir Schritt für Schritt, wie du schädliche Einstellungen, die dich an deinem Tinnitus leiden lassen, erkennen und durch hilfreiche Einstellungen ersetzen kannst. Du lernst die Kraft deiner unterbewussten Wünsche und deine Stärken kennen und sie gezielt zu nutzen. Auf deinem Weg setzt du dir eigene Ziele, die dir und deinen Gefühlen entsprechen. Immer wieder bekommst du Hilfen, die dich bei der Erreichung dieser Ziele unterstützen. Du baust dir ein Helfernetzwerk auf. Die mehrmonatige Verhaltenstherapie wird ergänzt durch einen Wissensteil, angenehme Hintergrund- und Naturgeräusche, Entspannungsübungen sowie geführte Meditationen, an die du dich jederzeit erinnern lassen kannst. Auch nach dem erfolgreichen Durchlaufen des Übungsprogramms kannst du die Calmeda Tinnitus App als Calmeda Plus weiter nutzen, um deinen Therapieerfolg zu sichern und alle Funktionen der App weiter in Anspruch zu nehmen. Probier's doch gleich mal aus. Starte dein Calmeda Go. Calmeda Go – die wirksame Hilfe bei Tinnitus.